Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen bei JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe, ich bin Trader und Analyst für JFD Brokers und ich will heute in diesem Video ein paar Vorzüge des Metatrader 5 besprechen. Im Verhältnis zum Metatrader 4 gibt es doch einige Neuerungen und vor allem einige brauchbare Neuerungen, die man hier eben nutzen kann im Metatrader 5. Und gerade wer jetzt neu anfängt, den kann ich nur raten, dann gleich direkt mit dem Metatrader 5 zu starten, nicht erst mit dem Metatrader 4, denn irgendwann wird der Metatrader 5 natürlich den Metatrader 4 dann ablösen. Und wie gesagt, man hat schon diverse Vorteile hier im Metatrader 5 im Gegensatz zum Metatrader 4. Und wir starten hier erstmal direkt durch. Wir sehen hier aktuell, wer sich hier wundert, was sich hier gerade bewegt, wir sehen hier gerade den Euro-US-Dollar im Ein-Minuten-Chart. Wir sehen, dass der Markt gerade etwas steigt, also aktuell hier, wo ich das Video aufnehme, natürlich die Börse noch im vollen Gange ist. Und ich möchte hier gleich mal einen versuchen in dem Moment, Moment, das habe ich hier noch nicht akzeptiert, in dem Moment, wo wir hier entsprechend eben an der Börse tätig sind, möchte ich mal kurz einen Trade hier eingehen und dann diesen Trade auch relativ zügig wieder schließen. Und dann sehen wir hier gleich relativ zügig im Chart, und das ist zum Beispiel auch eine Neuerung im Metatrader 5, dass man direkt Trades, die man eingegangen ist, auch direkt hier im Chart sieht. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Neuerung. Man sieht das hier so ein bisschen mit Pfeilen. Wenn man hier also tradet, war es bis dato so, dass man immer ein extra Add-on einziehen musste in den Chart, um dann hier die alten Trades oder die Trades, die man generiert hat, die man gemacht hat, im Prinzip zu sehen. Jetzt ist es aktuell so, dass man entsprechend Trades, die man getätigt hat, direkt dann im Chart sieht. Und wenn man dann über diesen Pfeil geht, dann sieht man dann auch, was man hier gemacht hat, welchen Trade man gemacht hat. Das ist recht brauchbar grundsätzlich fürs Trading, und man kann eben gerade in der Nachbetrachtung in optischer Art und Weise relativ zügig sehen, was man hier am Tag oder in der Woche fabriziert hat und wie man das im Prinzip, ja, was man grundsätzlich gemacht hat. Wie macht man das? Wie stellt man das ein? Und da starten wir gleich schon hier mit den grundlegenden Dingen. Also zum einen solltest du dann hier entsprechend Ansicht und dann hier unten auf Terminal klicken und dann ist es wieder weg. Ansicht und dann hier auf Terminal klicken und dann hast du hier unten erstmal grundsätzlich so einen Reiter. Da steht dann der Handel, das sind dann offene Positionen und Belastungen. Da geht es dann mehr um die Währungen und hier geht es um die Kontohistorie. Also dieser Trade, den wir hier gerade gemacht haben, der hat jetzt hier 35 US-Dollar, beziehungsweise hier das Konto ist in Euro geführt, 35 Euro gebracht. Also dieses kleine Spielen, was wir hier gerade gemacht haben, eben auf der Long-Seite 35 Euro, was wir jetzt hier als Trade ja auch im Chart angezeigt bekommen. Und wenn man sich das eben im Chart anzeigen möchte, dann hier unten in diesem Terminal sozusagen den rechten Mausklick machen, dann sollte hier eben in der Kontohistorie sein, rechter Mausklick und dann steht hier auf Chart anzeigen und dann kann man hier alle Deals hinzufügen oder alle Deals löschen. Grundsätzlich, wenn ich auf alle Deals löschen gehe, sieht man, dass hier oben dieser Pfeil wieder raus ist. Wenn man wieder die rechte Maustaste geht, auf Chart anzeigen und auf alle Deals hinzufügen, dann zeigt er hier grundsätzlich dann die Trades an, die man gemacht hat. Also das ist eben die erste Neuerung hier im Metatrader 5, dass man sich die alten Trades eben relativ super im Chart anzeigen lassen kann. Und ich mache das hier erstmal ein wenig kleiner. Man geht hier einfach auf diesen Balken, auf diesen Strich knapp unter diesen Märkten. Da sieht man, dass dieser Pfeil so ein bisschen doppelt wird und dann kann man das festhalten und einfach nach unten ziehen. Dann wird eben der Chart oben wieder größer. Ich ziehe den Chart mal so ein bisschen zusammen. Da zeigt sich dann schon die nächste Neuerung. Ihr seht hier unten Zeiten drinstehen. Das sind Zeiten, wo Wirtschaftszahlen rauskommen. Und der Metatrader 5 hat hier einen Kalender inklusive sozusagen, der sich hier aus dem Internet entsprechend wichtige Wirtschaftszahlen zieht. Und auch diese kann man sich hier mit diesen Uhrzeiten im Chart anzeigen lassen. Also man hat hier die Möglichkeit oder man verpasst sozusagen keine wichtigen Uhrzeiten mehr, wenn Wirtschaftszahlen rauskommen. Hierfür auch wieder in diesem Terminal, den wieder großziehen, dass man eine bessere Übersicht hat. So mache ich es zumindest immer. Hier unten auf Kalender klicken. Und dann sieht man, dass hier eben diverse Wirtschaftskennzahlen drinstehen. Hier rechts dann auch mit der Relevanz entsprechend. Hohe Relevanz, geringe Relevanz. Und jetzt ist es hier ähnlich, wie wir das eben gerade mit den Trades gemacht haben. Einfach die rechte Maustaste irgendwo in diesen Kalender klicken. Und dann ebenfalls wieder auf Chart anzeigen. Und dann kann man hier eben alle Ereignisse hinzufügen oder alle Ereignisse löschen. Wenn man alle Ereignisse löschen macht, dann gehen diese Uhrzeiten hier aus dem Chart raus. Und wenn man dann auf Charts anzeigen und alle Ereignisse anzeigen einstellt, dann landen hier im Prinzip diese Uhrzeiten im Chart. Und das ist auch wieder eine optische Hilfe, hier entsprechend dann daran zu denken, wenn der Markt, wenn man davor sitzt, wenn der Markt eben an eine Uhrzeit kommt, wo hier eben wichtige Wirtschaftszahlen rauskommen, dass diese dann entsprechend auch im Chart angezeigt sind. Also diese zwei Neuerungen sind schon mal sehr, sehr nützlich, sehr, sehr brauchbar hier auch fürs Trading und eben auch für die Nachbereitung oder generell fürs Trading, wenn man eben die Trades angezeigt bekommt. Dann ist ein nächster sehr, sehr schöner und auch sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch oft nachgefragt wird. Es gab bis dato im Metatrader 5 ja immer nur die Möglichkeit, hier oben mit diesem Anzeigebalken eben die generellen Perioden, eine Minute, fünf Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, vier Stunden, einen Tag, eine Woche und einen Monat im Chart einzustellen. Jetzt hat der Metatrader 5 die Möglichkeit, das nochmal etwas feiner zu justieren und dafür kann man zum Beispiel, oder eine Möglichkeit ist, hier den Chart, zum Beispiel im Zwei-Minuten-Chart, sich anzeigen zu lassen. Also in den Chart wieder die rechte Maustaste irgendwo reinklicken, dann kommt hier diese Anzeige, dieses Anzeigefeld und dann kann man hier auf Periodizität gehen und dann sehen wir hier unten erstmal eine Minute, fünf Minuten, 15, 30. Das sind ja die gleichen Zeiten, die wir links oben haben, aber dann kann man hier auf diesen Minutenpunkt gehen, einfach die Maus drüber halten, gar nichts klicken, erstmal einfach nur die Maus darüber fahren und dann öffnet sich hier rechts dann eben nochmal ein Feld, wo man dann eben nicht nur eine Minute einstellen kann, sondern auch noch zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, sechs, zehn, zwölf, zwanzig und so weiter. Und das Gleiche geht dann auch nochmal mit Stunden. Eine Stunde und vier Stunden waren es im Metatrader 4 und hier im Metatrader 5 hat man dann zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit, auf zwei Stunden zu gehen, auf drei Stunden, sechs, acht und zwölf. Das ist auch nochmal eine super Neuerung, eine super Erweiterung hier im Metatrader 5, die definitiv für den einen oder anderen sehr, sehr brauchbar ist und ich weiß auch, dass hier zu diesem Feature diverse Male eben Anfragen entsprechend kamen. Als weiteren wichtigen Punkt kommt hier dieses Marktübersichtfeld. Auf der linken Seite mit diesen bunten Feldern, ich nehme mal diesen Balken hier und ziehe den einfach mal nach unten und ihr seht, dass hier sehr, sehr, sehr viele Werte kommen, dass JFD Brokers ja auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Aktien noch gelauncht hat. Also hier eben die meisten Dinge, die man hier sieht, sind grundsätzlich Aktien und man hat eben mit dem Metatrader dann auch die Möglichkeit, hier eben entsprechend Aktien zu handeln. Und hier eben dann, wie wir es kennen, wie wir in den vorigen Videos das dann immer besprochen haben, wenn man sich das hier mal eben anschaut und sich eben entsprechend die Aktie, ich will jetzt gar nicht auf die Einzelaktien eingehen, ich sehe nur hier eben Air Liquide als Aktie und wenn man sich dann entsprechend den Chart dazu darstellen will, dann kennt ihr das rechte Maustaste, einfach auf den Wert und dann hier auf neues Chartfenster klicken und dann kommt hier relativ zügig im Ein-Minuten-Chart, man kann das dann auch relativ zügig zum Beispiel auf 30 Minuten stellen, kommt hier eben die Aktie Air Liquide und dann kann man sich diese anschauen, man kann diese analysieren und man kann diese natürlich dann auch entsprechend hier handeln. Und der Grund, warum der Metatrader 5 eigentlich hier eben sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Metatrader 4 hier in der Marktübersicht sehr, sehr begrenzt ist. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns sehr, sehr viele Werte anzeigen zu lassen, aber die Fülle an Werten, die JFT Brokers mittlerweile zur Verfügung steht oder stellt und auch die, die zukünftig noch kommen werden, kann der Metatrader 4 gar nicht mehr in Gänze verarbeiten. Nur der Metatrader 5, der hat hier eine Erweiterung in dieser Marktübersicht, der kann viel, viel, viel mehr Werte verarbeiten, viel, viel mehr Werte anzeigen und somit ist es hier gerade in Bezug auf die Aktien sehr, sehr wichtig, dann eben auch auf den Metatrader 5 zu switchen. Und wir sehen hier zum Beispiel auch kürzlich gelauncht hier von JFT Brokers, diverse Kryptowährungen gestartet mit dem Bitcoin und dann eben Ethereum und so weiter. Also hier hat man zum Beispiel dann auch diese Weinrot hinterlegt und das sind dann entsprechend Kryptowährungen und ganz oben haben wir erstmal die Kernwährungen, teilweise die Majors und dann auch schon Nebenwährungen, dann haben wir den DAX, den Dow Jones, die Apple-Aktie ist jetzt hier angezeigt, das Gold. Also wir haben natürlich die klassischen Märkte, die wir aus dem Metatrader 4 auch kennen und eben noch eine Fülle an Aktien, die hier hinzukommen. Somit ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt hier im Metatrader 5, der da eben dafür spricht, dass man diesen nutzt und nicht grundsätzlich den Metatrader 4. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt und für mich persönlich wirklich eine, ja nicht eigentlich eine Funktion, die man definitiv benötigt beim Handeln. Wir gehen mal zurück auf den Euro-US-Dollar, wir gehen jetzt hier mal, der jetzt hier weiterhin sehr, sehr schön steigt. Wir sehen jetzt hier gerade so ein bisschen Momentum reinkommen und wir wollen jetzt vielleicht handeln, wir wollen agieren und müssen dann natürlich entsprechend, können wir hier in diesem Fenster sofort klicken, wie ich es eben dann schon gemacht habe. Man könnte hier relativ zügig mit einem Klick auf diesen Button kaufen, man könnte relativ zügig mit einem Klick auf diesen Button verkaufen, aber man kann auch diverse Order-Arten nutzen und da gibt es eine Erweiterung. Dafür auch wieder in den entsprechenden Chart, also wenn man jetzt hier den Euro-US-Dollar handeln möchte, dann sucht man sich den natürlich raus. Entsprechend klickt dann eben die rechte Maustaste, geht hier auf Handel und geht hier unten auf Neues Order. Und jetzt kommt ja ein Order-Fenster und man hat jetzt hier die Möglichkeit, relativ zügig ähnlich wie hier oben, wenn man hier drauf klickt, dann ist es ja eine Market Order. Also zum nächsten besten Preis, die schnellste Order-Art, die schnellste Möglichkeit zu kaufen, ist immer eine Market Order. Also wenn ich jetzt hier auf Buy klicke, wird sofort ein Order rausgeschmissen und der nächstbeste Preis, der mir hier gegeben wird, der wird ausgeführt und ich habe dann diese Position und das Gleiche dann natürlich auf der Verkäuferseite. Wenn wir aber nicht mit einer Market Order arbeiten möchten, sondern zum Beispiel mit Limit Orders, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, wenn jetzt der Euro-US-Dollar nochmal ein Stück nach unten kommt, dann kann ich hier unten zum Beispiel eine Limit Order reinlegen. Das kennt man auch aus dem Metatrader 4. Hier in dem Fall eine Buy Limit Order, die ich dann entsprechend dem Kurs anpasse. Ich will das jetzt gar nicht so detailliert machen. Das kennt man, dass man dann eben mit Limits Orders, eben mit ganz normalen Limit Orders arbeiten kann. Auch die Buy Stop und Sell Stop Orders kennen wir aus dem Metatrader 4. Und jetzt kommen hier zwei Order-Arten hinzu und zwar ein Buy Stop Limit und ein Sell Stop Limit. Und das sind Order-Arten, die auch sehr, sehr gut sind, weil sie einfach zum einen die Möglichkeit geben, eine klassische Stop Order, die ja den Nachteil hat, wenn der Markt schnell ist, wenn der Markt sich schnell bewegt, dass man gegebenenfalls auch Slippage bekommt. Also eine eigentlich schlechtere Ausführung, als man das eigentlich möchte. Nicht nur, wenn man Positionen schließt, sondern wenn man eben zum Beispiel mit einem Stop in den Markt reingehen möchte. Und in dem Fall wäre es jetzt so, wenn ich hier in den Euro-S-Dollar erst auf höherem Niveau einsteigen möchte, dann kann ich das nicht mit einer Limit Order tun, sondern dann muss ich auf höherem Niveau eine Stop Order legen. Ich will jetzt hier auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich müsste dort mit einer Stop Order arbeiten. Und wenn ich diese Stop Order reinlege und der Markt entsprechend dorthin kommt, dann kann es eben sein, dass ich hier schlechter ausgeführt werde. Und da kommt einem so eine Stop oder so eine Buy Stop Limit Order ganz recht, denn diese Order liegt im Markt als erstmal als Stop. Und wenn dieser Stop oder wenn dieser Punkt sozusagen, wo diese Order liegt, erreicht wird, wird diese Order automatisch zu einer Limit Order. Eine Limit Order bedeutet ja, dass zu diesem Kurs Limit meine Order ausgeführt wird oder besser. Stop bedeutet immer ab dem Punkt oder der nächstbeste Kurs sozusagen, der eben auch schlechter sein kann. Und eine Limit Order bedeutet ja, der nächstbeste Kurs. Und nicht der nicht falsch, denn nicht der nächstbeste, sondern der Kurs, der als Limit eingegeben ist oder besser. Somit bedeutet das, wenn ich einsteigen möchte in Trades, kann man eine Buy Stop Limit Order wählen. Einfach mit dem Gedanken, dass ich dann entweder zu dem Kurs reinkomme, wie ich es möchte oder eben gar nicht. Ich möchte aber nicht schlechter ausgeführt werden. Und sowas kann man zum Beispiel auch bei Wirtschaftszahlen, wenn Wirtschaftskennzahlen rauskommen, dann kann man mit solch Orders teilweise arbeiten, um eben hier einer etwas größeren Slippage, die eben definitiv an Märkten stattfindet, gerade wenn die Märkte schnell sind. Wie wir es jetzt zum Beispiel in EURUSD auch recht sehen. Wir sind auf dem Minutenschart und wir sehen hier sehr, sehr große Sprünge, sehr, sehr große Schwankungen. Wir sehen das auch links hier entsprechend in diesem Auftragsfenster, dass eben hier die Orders entsprechend dann auch etwas schlechter bei Stops ausgeführt werden. Also eine Neuerung schlussendlich hier bei Stop Limit und Sales Stop Limit. Wir haben besprochen die historischen Trades, die man einfügen kann. Wir haben besprochen die Daten, die Kursdaten, die Wirtschaftsdaten, die man einfügen kann. Wir haben die Zeiteinheiten besprochen, dass man eben mehr Werte rechts, links in der Marktübersicht hat, dass man hier entsprechend wirklich schöne, schöne Features im MetaTrader 5 hat, die man hier nutzen kann. Als Abschluss noch ganz kurz für diejenigen, die es machen möchten. Man hat die Möglichkeit, im MetaTrader Bilder einzufügen, Grafiken einzufügen. Gerade wenn man sich vielleicht für das Trading Tagebuch mal das eine oder andere, den einen oder anderen Screenshot machen möchte und möchte hier vielleicht Bilder einfügen. Ganz kurz noch zum Abschluss. Wir gehen hier auf Einfügen. Wir gehen hier auf, Moment, das muss ich selber erstmal gucken, Objekte und dann hier unten auf Grafisch. Und dann hat man hier die Möglichkeit, Texte einzufügen, Labels einzufügen. Man hat hier die Möglichkeit, auch Bilder, Bitmaps und Bitmap-Labels einzufügen. Also klassische Bitmap-Dateien, das sind ja in der Regel Bilder. Und ich kann dann hier Logos einfügen, ich kann irgendwelche Bilder einfügen, ich kann irgendwelche Texte einfügen, die ich als Bild gespeichert habe. Also hier ist natürlich der Möglichkeit ein freier Lauf gelassen und das nochmal auch eine Neuerung, was es im MetaTrader 4 in diesem Maße nicht gab. Ich wünsche euch mit dem MetaTrader 5 Good Trades und Megatrading, wenn ihr Fragen, Nöte, Anträge habt, dann natürlich zum einen unten im Fenster hier auf YouTube, wenn eben das Video hier auf YouTube angeguckt wird, in dem Kommentarfeld unter dem Video oder natürlich an den Support von JFD wenden, wenn ihr weitere Fragen zum MetaTrader habt. Wir werden auch weitere Videos hier auf dem Kanal veröffentlichen. Also wenn ihr Fragen habt und diese sind nicht in einem Video beantwortet, dann natürlich gerne an uns stellen, beziehungsweise an JFD stellen. Ich wünsche euch Good Trades und Megatrading, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.